Die neue Live-Show bei RTL, in der Günther Jauch sein eigener Kandidat ist. Bei Wer wird Millionär stelle ich nur die Fragen. Jetzt muss ich aber mal selbst nachdenken. Günther Jauch im großen Live-Brain-Check. Für diese Live-Show lasse ich mich komplett durchleuchten. Jauch misst sich live mit uns allen und wir messen uns mit ihm. Wie viel Jauch steckt in jedem von uns? Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Bin ich schlauer als Günther Jauch? Freitag, 20.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal.